guck jetzt ja nicht hier runter nein nicht bewegen sticks nicht atmen nicht schwingen jo leute willkommen zurück zu let's play sticks master of shadows dem schleichspiel der superlative ja wir haben es letztes mal geschafft uns in die docks zu schleichen ja die wachen das ist jetzt auch nicht wir haben es geschafft uns in die docks zu schleichen und wir müssen jetzt quasi dahin warenkiste was uns da erwartet weiß ich noch nicht so weit war ich noch nie ich kenne aber diesen part noch ein bisschen und zwar wie war eine münze das weiß ich noch ja schön und ich muss da jetzt hoch über den typen da der schläft genau er schläft ich muss da hoch so muss man jetzt aber aufpassen da sind zwei wachen ja da warten wir bis die erst mal sich bewegen das dauert ein bisschen das hat mich beim ersten mal sehr überrascht dass sie sich bewegen diesmal haben wir geduld so der gummiball ja komm her mr gummiball rein in die kiste und weg ist er diese fakte löschen wir da vorne liegt ein messer das will ich haben toll wäre den jetzt aus der kiste raus zu verstecken zu eliminieren aber guck er ist misstrauisch warum ja weil sein partner nicht mehr da ist oder da umschleicht er so rum nicht mehr messer so aus ist sitzt da und schläft licht aus hier auch ja wir sollten vielleicht mal wieder speichern ich sollte mir das angewöhnen öfter speichern so falls wir versagen können wir von hier weiterspielen ja falls wir versagen können wir von da weiterspielen oh mein gott wie er mich beschimpft hat auch noch hier hier dann hier darüber da ist keiner guck guck jetzt ja nicht hier runter nein nicht bewegen sticks nicht atmen nicht schwingen no risk noch an oh gott oh gott so da müssen wir jetzt rüber oder was sollte man vielleicht nochmal speichern man weiß ja nie was so passiert ne ja da wollte ich nicht hin toll wie komme ich jetzt da wieder rauf muss ich jetzt echt laden oder kann ich die treppe hoch uh vielleicht wollte ich doch hier hin oh ich dachte gerade der stirbt nicht ja er lebt noch er lebt noch er lebt noch er schläft hier nur aha ist aufgescheucht kommt da jetzt einer lang deswegen nicht oh ne münze ist das Tor aufgemacht ne was hat das verändert für mich ich dachte man muss da irgendwie rüber so da so nicht aus der guckt ja nicht ne der arbeitet leise ganz leise oh da kommt einer oh da kommt einer da kommt einer schnell nimm ihn mit nimm ihn mit nimm ihn mit nimm ihn mit auf deiner Reise so auf Wiedersehen ja wir gehen einfach da rüber komm jetzt wo wir schon alle umgebracht haben was macht er das nächstes der bleibt jetzt sollte man wahrscheinlich noch stehen oder schön so der Arbeiter macht blau heute der geht jetzt auf die gleiche Reise wie der Armbrustschütze eine Fortbildungsreise in Sachen Fallkunst zack schön ja und alle guten Dinge sind drei komm mit du willst doch auch gebildet sein oder kann man hier einen Bug auslösen und den irgendwie hier rein stopfen ne will ich jetzt nicht flupp schöner Blutfleck ah der kommt zurück der kommt zurück ja wo ist der Arbeiter hin ja wo ist er denn gibt's doch gar nicht oder ach verdammt ne ne ja 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 da war niemand keiner da nur Reiseunternehmen Styx und auf Wiedersehen danke dass sie mit Styx Airline geflogen sind da drüben ist die Warnkiste da drüben ist die Warnkiste die Geige auch düt 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 keiner mehr da ne der irgendwie kämpfen könnte echt keiner drauf echt hier ist kein Mensch schade schade ich mein natürlich toll so so speichern wir mal Fortschritt muss gespeichert werden sonst darf ich wieder alles dreimal spielen man ist sowieso verwöhnt von den neuen Spielen die immer alles automatisch speichern ja früher gab's das nicht früher musstest du jeden Furz selbst speichern das war halt noch Wertarbeit so schön die Warnkiste wird mir gezeigt da vorne da unten ist so ein wie nenne ich das Eingang zuerst mal hier auf mach mal Licht aus das ist eine Wache verdammt die habe ich nicht gesehen ja wo geht der hin geht der hin wo will der hin was gibt's da drin ist er der einzige da war ja noch bewaffnete Wache das ist nur ein Gelehrter nenne ich die jetzt mal aber was ist es für kreien auslaut komm 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 her ja schön komm her komm her ja wir haben ja eine Party hier ein Mordsgaudi so was hast du geschrieben nix sticks kann ich lesen so verstecken da kann man auch rein ja nice den Kopf zuerst Kopf voraus verdammt ach ich kann ja hier hoch ich bin ein Klettermax so was hau ich jetzt davon oh Gott beste Fähigkeit im ganzen Spiel wenn ihr was leveln wollt leises auftreten und das hier beste Fähigkeit echt der hat mich nicht gesehen ich bin da unten reingegangen der steht hier oben wache der hat mich nicht gesehen meine Herren meine Herren also echt die werden nicht gut genug bezahlt die NPCs oder andersrum sie leisten halt nix so die gehen nach rechts oh 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 was macht der eine jetzt keiner niemandes schön leise töten naja fuck trifft es wahrscheinlich darf man übrigens nicht sagen auf YouTube komm leg dich zu deinem Freund hab da Spaß zusammen Monsterparty hier ja weißt du was schön ist komm sorgen wir für Ablenkung komm hoch da ja nein ach die ah so hakelig alles ne vor allem beim neuen Spiel es wird sowas nicht geben man wird der Spielcharakter würde merken aha da kann ich mich ranhaken und würde ich dann auch ranhaken und man muss es nicht alles selbst steuern oh ist ja noch gestorben schade untersucht das mal speichern ich hoffe ich speichere nicht so oft aber wie gesagt ich will nicht alles zehnmal machen ja wie kommt man da jetzt rein das ist ne Wache das sind zwei Wachen wir könnten sie mit einem Klon ablenken hm kommt noch zwei verdammt 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 haben die vor da zu bleiben ist ja halt richtig hell auch hm da drüben sehe ich ne Chance da drüben auf den Vorsprung wenn das einer ist und da rüber springen ne der direkte Weg geht immer gar nicht komm mal hoch mach mal hoch ah ja für das sind die Kräne da kann man zwei Wachen ausschalten sieht's aus wie ein Arbeitsunfall da ist nicht ne Wache komm oh der hatte Glück der hat mal richtig Glück ich würde jetzt heimgehen wenn ich tue nach so einem Unfall so ein tragischer Unfall ja mal ernsthaft äh wie haben sich die das gedacht drüben liegt ne Münze und ein Messer und das finden wir jetzt noch in dieser Folge raus ja genau ja oder auch nicht ich lade jetzt einfach den letzten Speicherpunkt und wir sehen uns dann ähm in der nächsten Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge tschüss bis zum nächsten Mal tschüss